Ja, ganz wichtig, Weihnachten. Und Weihnachten ist ja auch unser Thema. Ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter. Ich sage, warum Problem? Sie sagt, ich weiß immer noch nicht, was ich schenken soll. Also Sie sehen, sie ist ein Mensch wie wir und Sie und ich und auch. Und heißt nur anders Ramona. Heute bei uns wieder einmal zu Gast. In manchen Nächten wach ich auf und ich wein. Denn mein Ziel schien so nah, doch es war kein Traum. Viel zu früh kommt der Tag, nur mein Stolz macht mich stark. Denn ich weiß, es wird mir nichts geschenkt. Abends folge ich den Lichtern und ich schließe meine Augen. Die Musik trägt mich fort und ich tanze. Tanze im Feuer, wie im Fieber. Tanze im Feuer, alles Gefühls, das mich schwinglich macht. Ich will Leben, alles geben. Tanze im Feuer, der Fantasie in dieser Nacht. Ich bin leicht wie ein Lichtstrahl und mein Herz spürt den Rhythmus. Die Musik macht mich frei und ich tanze. Tanze im Feuer, wie im Fieber. Tanze im Feuer, eines Gefühls, das mich schwinglich macht. Ich will Leben, alles geben. Tanze im Feuer, der Fantasie in dieser Nacht. Tanze im Feuer. Tanze im Feuer. Tanze im Feuer, schweben auf sich wie im Fieber. Tanze im Feuer. Vielen Dank.